willkommen zurück zu let's play left for the 2 wir spielen jetzt die dritte mission todeszone und wir starten natürlich direkt wieder mal gucken was mit unseren schönen fahrzeug passiert ist das gute mobile ich fand es gut ich fand es sehr schön sehr schön das tor zur hölle hölle wurde aufgetan diese vier werden es wieder schließen klare ansage und sorge ich habe gehört das militär evakuiert die leute nach riverside wenn keinen besseren plan hat sollten wir dorthin wir gehen nach riverside und dann wird das schon wieder unser auto ist weg verscheuen unterwegs verloren herr kann aber passieren was im großen mobil Ja. Können wir hier hoch oder? Ich glaube hier hoch. Hier hoch der Dress. Ah, ah! Scheiße. Hilfe! Hilfe! Ah, ich bin runtergefallen. Ich seh nichts. Ich bin komplett angekotzt. Puh, was hat das denn jetzt? Oh, ab in den Tunnel. Held dich nicht an Francis. Harter Ansage. Molotov? Oh, Rohrbombe. Rohrbombe. Granate wäre die Liebe. In mir wäre eine Rohrbombe lieber, oder? Da sind wir uns nicht einig. Hier liegt noch eine... Hier liegt ein Molo. Das war schön Dauerfeuer. Ah, ich bin gleich sicher. Moment, wenn du schon siehst, wie so ein Godom auf dich raufgesprungen kommt. Schon wieder zu viel Ball. Oh, das ist so ein Charger. Boah, wenn der dich jetzt weggerammt hätte, wäre das wieder so eine Situation gewesen. So eine Situation ist klar. Ja, das hat mich auch geil, ja. Komm, eine Braut vorne. Oh, eine Deagle. Ah, jetzt habe ich Double Pistals. Hallo, da drüben sind auch noch welche. Müssen wir hier da runter, oder müssen wir... Hier hoch, oder? Das wäre hier hoch, ne? Ja. Ja, ja, eben. Was ist jetzt schon? Na. Sonst dafür. Nix wie hoch da. Hm, das wundert mich aber nicht. Ah, komm rein, ja. Ich muss mich verarzten. Weck mich. Das war toll. Tatsächlich jetzt ganz schön an... kurz. Ja, das ist der Film. Von der Show. Ladevorgang, Todeszone 2, die Kanalisation. Oh, sehr schön. Da sind bestimmt tausende Boomer. Jetzt bin ich gespannt, ey. Ja, scheinlich mal eben. Liegen ja genug Minikets. Ja. Ist eigentlich die gleiche Shotgun, ja. Oder? Beide Shotgun. Ah, ich spür halt einmal noch auf. Ja, sicherlich. Was hier denn alles? Der ist doch nicht dran. Ah, nur ein paar Zombies. Ja, nur die Kanalisation. Geh einfach mal vor, ne. Sieht richtig aus. Äh, noch. Ja, man kann hier... Ja doch, klar. Guck mal, was da unten ist. Müssen wir da runter? Kann ich ne Rohrbombe werfen? Ja, so viele sind da unten jetzt auch nicht. Na, okay. Dir kommen ja auch alle die Leiter ab hier hoch. Na, komm runter. Die sind alle oben, Mann. Uiuiui. Ja, ich mach's ja. Oh, oben ist ein Charger. Oh, oben ist ein Charger. Oh, oben ist ein Charger. Ja, komm runter. Ich bin unten. Jetzt geht's richtig los. Okay, das runter. Ah, mit Shotguns soll das kein Problem sein hier. Nee, nicht wirklich. Vor allem, wir haben gerade noch die Bässe im Spiel. Ja, warte jetzt. Luis und ich sind noch nicht so weit. Vorne. Lade nach. Ja, Alter. Au. Ich werfte mit Kotze voll. Okay, er hat nicht funktioniert. Leck mich fett. Da ist auch Hilfe. Ja. Oh, scheiße. Der Franz ist auch schon los. Oh, ey. Oh, da kam gerade ordentlich die Zombies an. Ja, vor allen Dingen, ne, geht auch uns. Ja, weil ich die Kotze, weil ich die Kotze geworfen hat. Ich wollte ja nicht noch nen Tank bewerfen, aber... Der Tank macht dir hier Karisch K.O. Und dann kommen nur noch 200 Zombies an. Der Tank ist leider hochgeklettert. Ja, aber ist wie er durchgeflogen ist. Okay, seid ihr ready? Kann ich drücken. Ah, ich nehme eben mal hier die AK. Ready? Ja, drücken. Luis, komm hoch. Ich hab noch ne Rohrbombe, ich werfe die, okay? Ja, warte, bis die alle da sind. Ja, ja, sie kommen. Mach hör was. Was passiert jetzt hier überhaupt? Nee. Kommen wir jetzt alle da hinrennen. Loll, ein Panzer. Alter, hast du den gesehen? Ja, hab ich gesehen. Alter, ich schenke. Da ist er wieder. Ja, down. Der mit der Shotgun, wird der hinter dir hoch. Ja, los, los, los. Was ist hier? Nur eine Liege. Na, komm rein, na. Ja, ich schalte die hier hinten ein bisschen auf. Einfach mal ne Shotgun. Ja, komm. Wir haben uns schon wieder zehn Meter voraus gefühlt. Zehn Meter, jungen, Kilometer. Na, jetzt nicht mehr. Wir tippen gleich mal. Ja. Oh, hier ist ein Boomer kotzt und da ist ein Molotow. Ja, hab meine Rohrbombe genommen. So. Ab hier runter. Nicht da runter, nicht da runter. Wo denn? Achso, ja, wir müssen doch hier hin. Oder? Hier oben. Ach, ja, 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 ja. Nach oben? Ja, wir sind doch von da jetzt gekommen. Weiß nicht, wo wir hier lang müssen. Sind wir grad, wir sind grad ernsthaft im Kreis gelaufen? Ja. Überhaupt schon. Hier scheint irgendwie aufheiß zu sein. Ne, doch. Hier ist ja sonst kein Weg. Ah, hier ist ein Fenster. Auch hier, das Fenster. Ah. Sind ganz schöne Spezialisten. Ja, ey. Was ist denn eigentlich? Alter, diese Fenster-Explosionen. Das sind richtig Spezialisten, Mann. Das ist der Safe-Room. Perfekt. Oh, ein guter Waggon. Ins Dienstabteil. Mit den Waggons sind wir ja bekannt. Allgemeine Abwehr. Allgemeine Abwehr. Gangschläschler. War Killer. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Ich verarzt mich erstmal. Mach das. Ja gut. Hier ist ne Shotgun und die... Schall die... Oh. Ich fahr die AK. Alter. Das ist noch ein schöner Turm. Ein schmackhafter Turm, wenn ich mal sagen. Der. Schön. Der war drin. Ähm. Ne Auto. Tank. Tank. Yo. Yo. Das Auto. Alter. Ja. 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 Weiß ich gar nicht. Hinter uns irgendwo. Macht er gerade das Haus im Marsch? Da ist er nichts. der schreit meine scheiße hier ist noch keine hexen naja letzte mission noch nicht ja das kann man schon wieder drauf legender akka soja ja hier ist eine hexe wenn man vom teufel spricht ja wo ist die ich glaube die ist recht ja doch jetzt auf der straße heißt können wir glaube ich probiere mal ich habe mal kurz ich habe mal kurz da kommen wir uns aber ich habe die aufgeweckt Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Egal. Die Sound. Los. Durch ran. Hier ist wieder ein Smoker. Links wie? Rechts oder links? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Einfach mal gehen, wenn wir sehen ob das falsch oder richtig ist. Hier ist ein Granatenwerfer. Wenn der einen haben will. Ich bald mal eine Shotgun. Ich hab den auch nicht mit. Denk mal, man kommt so beide Wege entlang hin. Ja, hier ist wahrscheinlich der andere. Das andere, ey. Ich nehm die Pillen, ey. Von Drogenabhängiger, ey. Okay. Okay. Hintern raus Hilfe. Nice, danke. Könnte. Hier ist ein Moni. Hier sind Gewehre wieder. M4 und so. Ich mach dich halt dann. Wir müssen weiter. Ja. Dann fahr ich mir kurz meine Tabletten rein. Nimm mir das Adrenalin hier. Ah, wer ist das hier? Nein, alles. Friedhof. Ha. Perfekt. Friedhof. Alter, was hier für ein heuerer Kabinett, ey. Das geht, ne. Alles klar. Sieht das wieder so aus. Das würden wir hier wieder einen harten Kampf haben. Kirchentyp. Ne, mach das nicht. Der will die Glocke läuten auch. Ne, mach das nicht. Alles klar. Ich hab keine Munition mehr. Ich wär auch mal die ganzen Winzikern. Oh. Was ist das für ein... Wahnsinniger. Ja, also den weiß ich nicht in Arschung. Geh weg da Kargosh. Komm rein. Geh weg da. So. Dann brennt hier alles ab. Das heißt, wir können hier nicht mehr reinkommen. Solange das Feuer brennt. Ist ja okay. Kargosh, hier geht's gar nicht gut, ne? Ja, von der Bombe. Willst du dich verraten, Kargosh? Ja, wir sind ja gleich hier im Zeckung. Obwohl, kann ich kurz mal an. Sau, Sauber. Nein. 2 Euro. Oh, jetzt kommt er auch noch von hinten. Hunter! Hilfe! Hilfe! Hunter bei mir. Danke. Von vorne kommen auch wieder ganz viele. Ist leider ja nichts mehr zum Werten. Wir müssen einfach nur aushalten, oder? Müssen wir einfach nur aushalten, oder? Müssen wir einfach nur aushalten. Ja, ich hätte wohl schon. Solange der nicht halt die Glocke läutet. Ja, ich hätte es mal jetzt hört das doch auf, oder? Ah, hier ist Muni. Ja. Ja, gut, nice. Können wir jetzt hier jetzt aufmachen? Stimmt der? believe, nein. Boomer! Boomer! Hahahaha! Hahahaha! What the fuck, ey! Da oben sind glaube ich ganz viele Zombies. Nee, hinter uns! Uiuiuiui! Wie kommen die denn jetzt alle her? Ja, die sind alle vor unserer Tür! Alter, lass mal an! Wir haben es geschafft! Alter ey! Da jetzt macht die Tür auf, so den Buh war schies, aber ganzer Bildschirm ist gut, ey. Hahahaha! What the fuck! Oh, das waren irgendwie Reflexe. aber irgendwie auch dämlich Alles klar, mein wackelt das Haus? Oder bin ich das? Du wahrscheinlich Du Du bist hier der Wackeltackel Dann guck, was steht denn hier? Besser safe than scary Scary Alles klar Scary oder sorry? Na sorry Keine Ahnung Ja doch, sorry Ich hab mich verlazen Hast du die Kaule schon wieder draußen? Juckt ihn komplett nicht Aha, denkst du nicht Bei Francis, oder? Der Profi zum Beispiel, ja Na klar, der war geil, der war der Rocker Dreckst du, Alter Ein schöner Markt Rings Was ist das für eine Munizierung? Ah, hier gibt es Visiere, ne? Rotpunkt, ja, Rotpunkt habe ich jetzt Und da gibt es Kotze Rotpunkt für meine Shotgun, Alter Hast du auch schon Visier? Ja Du bist hier beim falschen Mann, ne? Vorsicht! Oh, Gollum! Gollum Wo lang? Ja? Ja, doch schon Entschuldigung Lade nach! Naja Wacht der da an der Tür Vielleicht müssen wir ja die Aufmachen Hier ist ein Distributor Ok, die kann man nicht aufmachen Ja, wo bist du? Hat er gelaufen Ja Ja, ok, hier sieht es richtig aus Hier sind kommende Ja Oh, guck dir mal den Bus an Ha Richtig Viele Kugeln, ne? Hier ist eine Diegel Falls jemand will Ok, hier Ok, hier ist richtig viel Oh, ein Hunter Da draußen ist ein Hunter Danke, Luis Guter Bot Vorsicht Hier hinter uns geht richtig hart was ab Hilfe! Nein Nein, wir können gerade nicht Hier ist ein Mordo, Mann Na ja, warum kommen hier wieder so viele Summys Wo kommen die alle her? Ich weiß nicht, aus welchem Desson die alle gekommen, ne? Vor allem von hinten Ja, komm Lass mal gucken, dass sie weiter kommen Boome Ja, Alter Takke ist wieder am Spritzen Ja Witch Ok Ok, hier geht es auch nicht weiter Licht aus Die sitzt hier Müssen wir da lang? Ja, denke ich mal Ja, denke ich mal Halt durch Das hier hilft Was machen wir? Ja, stehen alle gerichtige Wir haben uns alle selber starten, ne? Was machen wir? Drauf mal Komm Ja, kam ich weg, wann Er rennt jetzt erstmal in unser Schussfeld Ich hab gerade eine Kugel abgesetzt Boah, Jan, ne? Manchmal Ja, lass mich in Ruhe Das war dem Ding, lass mich in Ruhe Wir sind ja nicht umsonst hier die Spezialisten, ne? Latschen in die Fenster, Alter Und... Wir sind hier echt die Spezialisten, Mann Killen uns einfach gegenseitig, dann ist das Ende Heute zeigen wir euch mal die schnellste Runde in der Vorderheit, ne? Ja, killen uns gegenseitig, Ende Lade nach Das ist mein Bus Munition Muni 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 Ja, die kommen wieder alles von hinten Wie viele da immer kommen, Mann Ja, vor allen Dingen, da sind wir gerade eben erst lang gelaufen Ich senke gerade den Gabel-Shopter, ne? Ja, hier sind Tabletten, ne? Weil jemand braucht hier hinten, ja Und wir müssen zum Schutzraum Seid ihr? Tank Komm, komm, wir müssen zum Schutzraum, beide Ja, ich renne Lu ist aber noch komplett hinten Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Rotzwerfen Ja, mach ich auch Okay, er hat Okay Alter, wie viele sind das hier? Na, los Einfach hier durch Na, los Einfach hier durch Na, das kenne ich hier, das wird noch richtig stark weg Wo müssen wir lang? Da rüber hin und nach Jetzt noch vor, warum man meint, ich werde noch kurz kotze Scheiße Au Raus hier Ich habe das Gefühl, dass ich gleich brenne Yo Ah, ich habe den Premium-Modul das Jahr ausprobiert Da, alte, die kommen, achte Und der ist schnell in den Schutzraum Schnell reinrennen Schnell Einfach rennen Ja, hilf, du, ich häng hier fest Na komm, Luis, kommt auch noch Los, Luis, komm rein Wie viele Warn hat das denn jetzt? Weiß ich nicht, ey 100 auf jeden Fall Leuch, da wird ja trotzdem einen Schaden gemacht Ich habe eigentlich nur Kargo-Schaden gehittet Der reingerannt ist Ja, durch den durch Ich hab echt kaum den Ja Ich fand das ja gut So Ich heim mich mal wieder Ich guck mal Ähm Er schießt Ja, ne, macht ja Schaden Ihr habt alle so einen Quid, kann ich mich nochmal heilen? Ich heim mich nochmal, ne? Ja Ja, naja Dann können wir das dann benötigt Oh, das hat jetzt 4% gebracht Nicht gut Die Freebillen Die brauchen wir ja nicht, oder? Wir sind bis jetzt noch keinmal gestorben Ja Von daher, glaube ich, brauchen wir das nicht Wo, jetzt? Na, hier Ich lade nach Hm Da ist ein Molo Da ist ein Molo Oder? Ne Ne, die Okay Adrenalin Tank Tank Alter, geh doch nicht immer auf mich Ich hänge in der Ecke, Mann Geil Geil Störbar, ne? Ich schau mich, was das für ein mutierter Männ sein muss Guck dir das Team an, ne? Ja, der sieht eher aus wie eine Affe Oh, doch, doch, doch Na, der sieht aus wie eine Affe Wer sieht aus wie eine Affe? Der Chucky Ja, aber du musst doch mal gucken, wie der Tank läuft Boah, guck Also, Gorillas gehen doch auch so mit den Armen so nach dem Boden, oder nicht? Ja, ja schon, aber hier ein Gorilla Hier im Übersight Park Ja, das sind ja alles Menschen, aber Wahrscheinlich noch richtig am Muskel passt Ach, wenn ich doch zu Louis gehe, heilt er mich, oder? Weiß nicht Ja, komm jetzt erstmal Ja, warte, ich will nicht kurz fallen Achso Ich dachte, er ist kein Kid Doch Habe ich Oh nein, ein Hunter ist wieder bei mir, Mann Alter Wie die immer springen die Hunter, ey, richtig geisteskranke Menschen, ne? Blombierter, hab ich gedacht Wie sieht denn die Stadt da hinten aus? Ach, ja, geile, geile Grafik, Mann Okay Ich gucke mal den Funkhof an, ne? Hallo Kann man uns nicht erstmal verschanzen hier, oder erstmal ausrüsten? In 10 Minuten können wir uns abholen In 10 Minuten können wir uns abholen Das heißt wohl, vorbei cardieren Das heißt wohl, vorbei cardieren Guck dir mal die Stadt da hinten an, alles in Schutt und Asche Guck dir mal die Stadt da hinten an, alles in Schutt und Asche Guck dir mal die Stadt da hinten an, alles in Schutt und Asche Naja, du gehst wieder schön ins Geschütz Wer willst du? Geh du? Nein, geh du Geh du Geh du Geh du Geh du Ja wo? Jo. Hey, ich komm gar nicht bis nach unten. Ah hier, hier gibt es doch noch. Ich habe gar nicht gesehen, dass es hinten noch was gibt. Da ist mal eine Bomb. Und um. Oh mein Gott! Wo kam der denn jetzt her? What the fuck? Ja, das freu ich mich manchmal auch. Ich bin das nicht besser. Tank! Mach ihn kaputt, Kegisch. Ja komm wie rot das im G wird, Mann. Holy shit. Ich habe keine Muni mehr, ich geh mir eben Muni mal. Und schnell wieder nach oben. Ich glaube jetzt geht es richtig los. Ja. Ja! Ich bin mal riesiglasting. Das ist ja nicht. Und jetzt können wir es nicht tun. Ja! Achtung mal, hier ist gerade ja nichts los. Gehen wir kurz zum Haus dahin. Ich glaube hier ist ja was. Ich weiß nicht ob das NG überhaupt eine Begrenzung hat, weil ich kann damit schießen ohne Hände und... Ah ne, er packt keinen. Ja, weil er so hochkommt, denke ich. Vielleicht dass es überhitzt oder so. Ja, überhitzen kann er auch. Auf dem Dach ist ein... schön gemacht. Wir können mal unten die Bude ab, dass die nicht hochkommen können. Ja. Dann müssen wir ihn hier durchhalten. Nach 3 Minuten. Ein Tank wieder, oder? Ja, wieder ein Tank-Tank. Seh leider, ich kann leider mit der Shotgun nicht so schießen. Wer kann seine Steine nicht so weit werfen? Die Steine musst du doch schießen. Ich glaube jetzt kommen die aber an. Okay, der ist doch gut. Dauern. Los, das Boot ist da! Okay, zum... Was ist das Boot? Das kommt hier an. Hier hinten? Ja. Hey, go, go. Ja. Wie hat der mich denn jetzt erwischt, Mann? Guck der mal in den Schacki. Ja, ich bin da einfach. Komplett. Das ist nirgendwo. Luis fehlt noch. Ja. Ja, der kommt. Komm. Komm, Jan. Aufs Boot. Aber ein schönes Boot. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Hat was. Richtig geiles Boot, ja. Vorne mit einer schönen Lampe. Ganz unauffällig. Die Überlebenden konnten fliehen. Wieder einmal. Ja. Bin gespannt, wie lange das jetzt ging. Nein. 28 Minuten. Ja, geht aber auch. Keiner ist dieses Mal gestorben. Du warst nur einmal außer gefecht. Mhm. Null Nahkampf-Kills. Ich guck mal Luis an, alter. Getötete Chargers. 3. Deine getötete Boomer. 4. 7. 6. Jockeys habe ich 8 kalt gemacht, ja. Aber komm mal, die infiziert, Mann. 300, also fast 400, 300, 300, 200. Genauigkeit. 16%. Genauigkeit insgesamt 56%. 1089 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Ja, diesmal 500 mehr als letztes Mal. Ja, ungefähr. Ja, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, ich würd sagen, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Ja, das war's mit dieser Folge. Ja, das war's mit dieser Folge. Ja, das war's mit dieser Folge. Ja. Ja.